Ja, es ist Donnerstagmorgen, Viertel vor 8, mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich zu dem heutigen Webinar im Name der FXFAT Webpapier Handelsbank. Ja, heute wieder Live-Trading mit Thorsten Helbig, ich freue mich sehr, dass ich das diesmal begleiten darf, Nelson ist im Urlaub und ja, Thorsten kenne ich jetzt auch schon seit einiger Zeit und haben es auch schon persönlich schon ein paar Mal gesehen und getroffen und deswegen freue ich mich da heute wieder mal live dabei zu sein, eben beim Live-Trading über die Schulter zu schauen und Sie durch das Webinar begleiten zu dürfen. Bevor es gleich losgeht, den Tontest haben wir ja schon gemacht, das sollte auch funktionieren, ansonsten melden Sie sich bitte, falls irgendwas nicht passen sollte über die Chat-Funktion. Ich habe gerade gehört, dass Thorsten den Rechner nochmal neu startet, aber er ist gleich dann da. Okay, vielleicht zu Beginn noch ein paar Dinge, die ich dann vorab Ihnen auch gerne zeigen möchte. Sie sehen ja jetzt gerade die FXFAT Homepage und da möchte ich natürlich gerne auch auf unser Live-Trading-Event hinweisen, welches wir im November im Rahmen der Pre-Conference der World of Trading durchführen. Sie sehen, dass Sie hier auf der Startseite 22.11. auf der Pre-Conference elf Referenten live zu den Börseneröffnungen und Vorträge. Was erwartet Sie an dem Tag? Sie können ganz einfach hier auf diesen Link auch klicken, dann sehen Sie das Programm und weitere Informationen. Die World of Trading geht ja immer von Donnerstags bis Samstags, also die Messe selber ist Freitag und Samstag, aber an dem Donnerstag ist die sogenannte Pre-Conference, da sind mehrere Fachvorträge und halt auch jetzt in diesem Jahr von uns ein organisiertes Live-Trading-Event, welches wir gemeinsam mit der World of Trading durchführen. Sie sehen das hier am 22.11. November. Wer nimmt daran teil? Natürlich auch Thorsten Helbig, er ist auch hier direkt genannt, morgens früh, wenn die deutschen Börsen eröffnen, da beginnt das Live-Trading mit Thorsten Helbig, Oliver Schwab, Dirk Hilger und Oliver Najjar. Ich denke, alles auch Referenten, die Sie kennen sollten oder die Sie mit Sicherheit kennen, nutzen ja auch alle den Stereo-Trader hier bei uns bei FXFET und ja, da können Sie natürlich live dabei sein. Ja, es geht schon um 8 Uhr los, wie Sie sehen hier an der Agenda. Ja, dann ist wie gesagt der Live-Trading-Teil, danach haben wir noch den einen oder anderen Vortrag mit Oliver Klemm, David Varney, später nach der Mittagspause Mario Lüdemann und dann geht es mit der Nachmittags-Session weiter ab 15 Uhr, wieder ein Live-Trading-Teil, also Sie sehen schon, ein volles Programm. So, jetzt gucke ich mal, ob Thorsten wieder da ist. Ich sehe ihn jetzt gerade hier. Okay, so, Thorsten, ich habe dich zum Organisator ernannt, ich weiß nicht, ich hoffe, du kannst mich auch hören, vielleicht kannst du dich kurz melden, dann weiß ich, dass alles passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 10. Ja, super, perfekt. Also immerhin zählen kann ich. Gut, ja, ich habe schon ein bisschen was erzählt von unserem Live-Trading-Event im November, da wollte ich noch kurz darauf hinweisen, bin damit aber auch schon durch. Ja, also von mir aus, wenn du soweit bist, können wir gerne starten. Ja, dann probiere ich das mal zu starten. Okay, das ist ja nicht ganz mein erstes Webinar. Guten Morgen, Andreas, und guten Morgen in die Runde, die ja doch recht groß geworden ist, so wie das aussieht. Mein Name ist Thorsten Helwig, ich starte sonst morgens immer mit einem Fußball-Gag, aber Nelson hat sich ja heute sauber verkrümmelt. Ja, kannst ja was über Fortuna Düsseldorf sagen, wenn du möchtest. Ich habe von Tischtennis, ich habe von Tischtennis keine Ahnung. Achso, ja, okay, das war natürlich ein Gag. Ja, Nelson, wir unterhalten uns ja auch immer über Köln und Düsseldorf, deswegen bin ich jetzt ja mal am Zug, wo Düsseldorf endlich meine ersten Liga ist und Köln in der zweiten, aber ja, mal gucken, wie lange das bleibt. Also, da seid ihr mit mir in der falschen Zeit, weil ich mache das immer ganz gerne mal, aber ich habe von Fußball null Ahnung. Null. Also, in der WM oder so gucke ich schon mal, wenn es da was gibt. Also, so die ersten beiden Spiele bis unsere nach Hause fahren und dann hat sie das ja auch erledigt. Stimmt. Okay, wer, ich weiß nicht, wer mich schon kennt oder wer mich vielleicht schon mal gehört hat, ich sehe hier so in der Liste, dass so der eine oder andere von meinen bekannten Gesichtern oder von den bekannten Leuten hier dabei ist. Also, mein Name ist Thorsten ewig. Ich wohne in der wunderschönen Mitte von Deutschland, bin seit Anfang der 90er an der Börse reiner Hobbyhändler gewesen, habe mich mit Aktien-ETC beschäftigt, habe mich dann ein bisschen zurückgezogen und handel seit 2004 wieder aktiv, habe mich dann, als die elektronischen Börsen langsam die Runde machten, habe ich angefangen, mich mit Währung-ETC zu beschäftigen. Ich mache jetzt nur den Kurzabriss. Ich habe damals eine Baufirma gehabt und es war mein Ziel, mich aus dem aktiven Berufsleben als Bauunternehmer zurückzuziehen. Wer in seinem Leben mal 50 oder 30 Maure betreut hat, der weiß, was das heißt. Ich habe mich dann den Märkten gewidmet, habe dann sehr, 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 sehr viel Geld versenkt, weil ich mich genauso willenlos, ahnungslos in diesen Markt bewegt habe, wie jeder andere auch. Und dann habe ich angefangen, mich irgendwann mal darauf zu konzentrieren und bin dann mal auf die Idee gekommen, vielleicht doch mal ein Buch zu lesen und mich mal intensiver damit zu befassen, weil ich dann schon begriffen hatte, nur mal auf Rot und Grün drücken. Das ist es nicht. Es sei denn, man will sein Geld schnell versenken. Aus dieser ganzen Geschichte ist dann ein Handelsstil geworden, den ich heute noch pflege. Sehr intensiv. Wer rechnen kann, weiß, das sind jetzt über elf Jahre. Am 1. Advent 2006 war der Startschuss für unsere Firma Forex Pro Systeme, die durch puren Zufall entstanden ist. Heute darf ich stolz sagen, dass wir zu einer der größten Communities in Deutschland zählen und wir mittlerweile über 1200 Kunden betreuen. So viel zu dem Allgemeinen. Ich arbeite in sehr enger Partnerschaft seit knapp zwei Jahren mit FX Flat und CapTrader zusammen, nachdem sich an Andreas und Nelson und Konstantinos und Raphael sich bei mir mal einen Kaffee abgeholt haben, haben wir gedacht, okay, wir finden hier wahrscheinlich doch irgendwie einen Nenner. Und das hat sich dann bei einem Bier danach unterstrichen und seitdem gehen wir viele Wege gemeinsam. Deswegen auch die Veranstaltung heute früh. Diese Veranstaltung, die wir heute früh hier machen, wird circa, schön, ne? So kriegt man zehn Minuten rum, ne? Die dauert in der Regel circa 45 bis 45 Minuten bis eine Stunde. Diese Veranstaltung mache ich mit unseren Schäfchen aus unserer Volkspro Community jetzt inzwischen seit sieben Jahren, acht Jahren. Wir haben über 1300 Webinare bis jetzt gemacht. Wer mal wissen will, wie wir die sonst abhalten, ohne dieses übliche Smalltalk-Geplänke vorneweg, der kann gerne in unseren YouTube-Kanal schauen oder uns eine Mail schicken, dann laden wir euch gerne mal ein, um unserem YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Dort findet ihr über 1000 Aufzeichnungen oder circa 1000 Aufzeichnungen von den Webinaren, die wir abhalten. Was machen wir morgens hier? Wir kümmern uns um das, was wir können, weil, wie heißt es immer so schön, wie wir wissen, wissen wir nichts, ne? Wir wissen nie, wo die Märkte hingehen. Wir vermuten es immer nur. Alles, was wir hier machen, sind Spekulationen, wie man so schön weiß. Wie hat Kostellan immer gesagt, wer Geld hat, der kann spekulieren, wer kein Geld hat, der muss spekulieren. Nehmen wir die mal rein hier. Die nehmt ihr mir natürlich jetzt nicht ab, warum auch immer. Okay, dann kümmern wir uns um den hier, dann arbeiten wir heute einfach mal mit dem. Wir haben, wie ihr an unserem Chartbild seht, haben wir sehr wenig Indikatoren oder Indikationen. Wir haben, oder ich habe mir mein Regelwerk, mein Euro-Pro-Regelwerk so zusammengebaut, dass ich das, was ich mache, das, was ich sehen will, mit einem Blick erfassen kann. Warum mit einem Blick erfassen kann? Erstens mal, weil man morgens um sieben am Schreibtisch jetzt die Augen noch nicht ganz auf hat. Ist immer so schwer, das Kissen von der Tastatur zu nehmen. Nein, wir wollen scalpen. Wir wollen kurzfristig handeln. Kurzfristig handeln heißt normalerweise ganz schnell rein und ganz schnell wieder raus. Auch ein Spruch von Kostellani. Scalpen ist wie ein Sprung ins kalte Wasser. Reinspringen, schütteln und ganz schnell wieder raus. Wir haben im Laufe der Jahre unsere ganze Geschichte etwas erweitert. Schnell rein, ja. Nach Möglichkeit mit den kleinsten Risiken, mit dem kleinstmöglichen Risiko, was wir erkennen. Schnell raus sind wir gerade dabei, das ein bisschen umzubauen. Mit Teilpositionen sind wir die letzten 14 Tage sehr schnell ausgestiegen. Sind aber eher nach den heutigen Märkten daran interessiert, eventuell so eine Geschichte auch mal länger laufen zu lassen. Diese Geschichte machen wir drei Tage die Woche morgens um diese Zeit live mit unseren Volksbruchschäfchen. In der Regel Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 7.45 Uhr bis 8.45 Uhr circa. Wir wollen immer sehen, dass wir entweder unsere Position fest platziert haben, bevor die Eröffnung um 9 Uhr ist. Nach Möglichkeit wollen wir sogar sehen, dass wir zur Markteröffnung um 9 Uhr morgens sogar schon raus sind und unser Tagesziel erreicht haben. Was heißt Tagesziel? Tagesziel heißt für uns, dass wir 12 bis 15 Punkte, ich mache da mal eine ganz einfache Rechnung, weil ja immer so viele Gerüchte rumkursieren, wo es immer heißt, ja Skype macht ja keinen Sinn, da verdient man kein Geld mit und man kann nicht vernünftig mit einem vernünftigen Money Management und 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 kann man nicht vernünftig handeln. So, jetzt machen wir das mal wieder in der Schule. Schreibblock raus, Stift raus und dann wird man mitgerechnet heute früh. Nicht im Schlafanzug mit dem linken Zeigefinger in der Nase popeln, sondern jetzt wird mal was getan hier. Wir haben in der Regel 10.000 Euro im Konto. 10.000 Euro in einem Konto mal 2% sind wie viel? Im Moment, ich mache es einfacher, 10.000 Euro entsprechen ungefähr 11.600 Dollar. 11.600 Dollar mal 2% sind wie viel? Kopfrechnung ist schwach, in einer Tafel geht es schon gar nicht. 11.600 Dollar mal 2%. Wir runden diese ganze Geschichte immer, weil ich handel mit einem Risiko von 2%. 11.600 Dollar mal 2% sind roundabout 232 Dollar. Das heißt, wenn ich mit einem Risiko von 2% handele, darf ich ein 10.000 Euro Konto mit 232 Dollar pro Trade belasten. Wenn jemand was anderes ausgerechnet hat, kann er sich gerne melden. Coole Nummer hier, 110, 232, 230, 240. Ja genau, super. Naja, man kann sie auch mal verrechnen. Also 232 sind es genau, aber Harald, du hast das richtig erkannt, roundabout 240. Wir runden diese ganze Geschichte mal, ich will das ja auch nur ganz kurz erklären. 2%, 240 Dollar, 240 Dollar darf ich mit einem Trade riskieren. Wenn ich 240 Dollar riskiere, muss ich diese Zahl nehmen und durch mein Risiko in Punkten teilen. Das heißt, mein Risiko, in der Regel, nach meinem Regelwerk, beträgt 8 Punkte. Das heißt, ich will in den Markt mit 8 Punkten Stopp, 240 durch 8. Ja, da geht die Scheiße schon wieder los. Der eine sucht immer noch auf dem Handy seinen Taschenrechner. Der nächste hat es geschafft, ihn aus der Küche zu holen, vom letzten Brotbacken. Das heißt, da sind wir bei 30, immerhin der eine oder andere, der Lutz ist so schon wach, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ich darf 30 Dollar pro Punkt riskieren, wenn ich mit einem Punkt von 8 Punkten in den Markt gehe. Mit einem Risiko von 8 Punkten in den Markt. 240 durch 8 sind 30, das heißt, ich darf pro Punkt Risiko 30 Dollar riskieren. Und wenn ich 30 Dollar riskiere, darf ich ein 10.000 Euro Konto mit drei Standardlots handeln. Drei Standardlots. Das merken wir uns mal. Das heißt, ich handel drei Standardlots. Ich bin auf diesen Pfad gekommen durch die Ziele, die wir haben. Mein Tagesziel liegt bei 12 bis 15 Punkten. Warum liegt es bei 12 bis 15 Punkten? Weil ich von Natur aus eigentlich ein fauler Sack bin und überhaupt keinen Bock habe, mich den ganzen Tag hier vor dem Schirm zu platzieren. Wer unsere Vita ein bisschen verfolgt, weiß, dass wir von einem Jahr in der Regel so circa 6 bis 7 Monate mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Und ich sehr, sehr viel von unterwegs handele. Dazu wird es in Kürze einen Reisebericht geben, den ihr auch auf der Facebook-Seite von uns oder von FX Flat nachlesen könnt. Wenn die Compliance und die Webdesigner und natürlich auch Andreas das ganze Ding korrigiert haben, meine Rechtschreibfehler alle schön behalten haben, dann werdet ihr das Ding nachlesen können, ein paar Bildberichte von unseren Touren. Das heißt, ich will morgens aufstehen, weil morgens hat mich noch keiner genervt. Deswegen handele ich morgens. Morgens zeitig. Mir soll keiner auf den Kekse gehen. Das Telefon hat mich schon 25 Mal geklingelt. Wer eine hat, soll glücklich sein. Wer keine hat, hm. Das heißt, die Frau hat noch nicht geärgert. Der Gerichtsvollzieher stand noch nicht vor der Tür. Die Polizei hat noch kein Knöllchen vorbeigebracht. Und es hat noch keiner versucht, mir irgendwelche Heizdecken am Telefon zu verkaufen oder an der Haustür. Das heißt, morgens um diese Zeit, wenn alles schläft, bin ich wach. Das ist eine Trainingssache. Morgens sein müdes Köpfchen aus dem Nest zu heben. Und wenn ich um diese Zeit wach bin, kann ich mich auch hier drauf konzentrieren. Das ist meine beste Zeit am Tag. Danach kann mein Tag beginnen. Und dafür brauche ich ein Regelwerk, was es mir einfach macht, meine Setups auf einen Blick zu erkennen. Ich gehe mal davon aus, dass wir eventuell Pech haben, heute früh nicht allzu viel handeln können. Wir haben heute Donnerstag, wir haben morgen den dreifachen Hexensabbat. Also sperrt eure Frauen ein. Nein, ist frauenfeindlich, darf man nicht sagen. Weiß ich. Entschuldigung. Also morgen ist es dreifache Hexensabbat. Die Hexen haben morgen das Sagen. Wir werden erst wieder saubere Märkte haben, wenn wir morgen ab 12 Uhr bzw. ab 13 Uhr, wenn die Optionsscheine verfallen. Ab 13 Uhr, wenn die Märkte sich wieder ein bisschen sortieren. Wir werden wieder normale Szenarien haben. Bis dahin ist es etwas schwierig. Aber wir sind ja heute hier, um einmal zu zeigen oder darzustellen, was wir machen. Und wir haben dafür, ich will nicht sagen Idealszenario, aber ihr könnt auf unserer Facebook-Seite, guckt einfach nach VX Pro System, auf unserer Facebook-Seite, könnt ihr sehr viele Szenarien, die wir diese Woche gehandelt haben und letzte Woche gehandelt haben, nachvollziehen. Wir haben letzte Woche, Dienstag meine ich, angefangen den Euro zu longen. Und zwar bei der 1,1573. Muss ich mal gucken, wo wir sind. Wir haben heute Donnerstag, Mittwoch, Dienstag. So, da kommen wir der Sache lang ran näher. Ah, das war die zweite, genau. So, wir haben am Dienstag, haben wir gesagt, wir starten morgens die Webinaraufzeichnung. Werde ich im Anschluss an dieses Webinar, will ich die Webinaraufzeichnung von der ganzen letzten Woche öffentlich schalten, so dass ihr das nachvollziehen könnt. Wie ihr seht, haben wir hier ein paar Linien drin und diese Linien sind unsere sogenannten Zielbereiche. Weil das sind, ich finde es einfach mental besser, das nicht immer Widerstände und so weiter zu nennen, sondern für mich sind das Zielbereiche, weil die will ich ja erreichen und ich weiß, ich muss da irgendwo reagieren. Unser Szenario war, dass wir am Dienstag Long-Position starten, hier im Bereich 1,1673. Wir arbeiten mit der bekannten Limit Pullback und legen uns dann hier über diesen Bereich, so ein, zwei Punkte oben drüber, legen wir uns die Limit. Unser Ziel war die 1,1603. Wir haben bei der 1,1573 haben wir gestartet, 1,1603. Wie waren meine Tagesziele? Was habe ich gerade gesagt? Was habe ich gerade versucht zu erklären? Wo ist mein Tagesziel? Also mein Persönliches? Wieder nicht aufgepasst, ne? Lutz, das ist heute deine 80. oder 86. Veranstaltung hier. Du müsstest es langsam wissen. Richtig. 12 bis 15. 12 bis 15 Punkte ist mein Tagesziel. Rechnen wir die ganze Geschichte mal um. 30 Dollar pro Punkt dürfen wir riskieren. Das heißt, drei Standardlots. 12 bis 15 Punkte ist mein Tagesziel. Nehmen wir mal den schlechten Fall. 12 Punkte mal 30 sind 360 Dollar. Wer mit 360 Dollar am Tag nicht klarkommt. ganz pauschal. Ganz pauschal. Drei Tage die Woche. Drei Tage die Woche. 360 Dollar. Bin ich roundabout beim Tausender in der Woche. 4.000 im Monat. Nehmen wir die Nummer und drehen die, rechnen die einfach mal hoch. Wir haben 12 bis 15 Punkte am Tag, 50 Punkte die Woche, 200 Punkte im Monat, 2000 im Jahr. 2000 Punkte im Jahr. Das ist mein Ziel, was ich habe. Was ich erreichen will. Das ist so die unterste Grenze. Damit komme ich sehr gut zurecht. Wer mit den Summen oder wer mit 360 Dollar am Tag nicht zurechtkommt, sollte überlegen, ob er die Kneipe. Aber das ist dann wahrscheinlich keine Kneipe mehr. Sollte man eher davon reden, dann sollte das Etablissement wechseln. Es ist sehr viel Geld. Das müssen wir uns bewusst sein. Denn auch wenn wir hier an der Börse immer der Meinung sind, wir müssen am Tag, also morgens die erste Million machen und dann haben wir das die zweite. Trennt euch von dem Gedanken. Ihr werdet merken, das Handeln wird wesentlich einfacher. Bleibt einfach stur. Setzt euch solche Positionen. Und ihr werdet merken, wie so die leichte Feuchtigkeit unter den Achseln nachlässt und die Stirn langsam wieder trocken wird. Wenn man nämlich morgens ziemlich zeitig dann sagen kann, Jungs, das war's. Wir gucken uns das Szenario mal rückwirkend an. Ich habe hier rechts die Kurse im Blick. Wer nicht, müsste jetzt ein zweites Schadbild aufmachen, um den Blick zu behalten. Im Moment gibt es hier nicht so viel zu tun. Ich beobachte das hier schon ein bisschen. Wenn ich irgendwas übersehen sollte mit meinem Gelaber hier, dann schreibt es hier bitte rein, wenn sich irgendwo ein Setup ergibt. Wir haben ein paar Europro-Verfechter hier, die können sich gerne melden, wenn ich ein Setup verpassen sollte. Dann gehe ich direkt darauf ein. Wir handeln nach Europro. Europro heißt Handel nach Zielbereichen in Verbindung mit unserer Wolke und mit dem Hintergrund. Der Hintergrund filtert die Hauptrichtung der übergeordneten Zeitebenen heraus, so dass ich an dem Hintergrund immer sehe, schwimme ich mit dem Strom oder schwimme ich gegen den Strom. Das heißt, ist der Hintergrund blau, übergeordnet, suche ich mir überwiegend Long Trades. Ist der Hintergrund rot, suche ich mir überwiegend Short Trades. Zu diesem Zeitpunkt, als wir dieses Setup gemacht haben, war es hier der Hintergrund blau. Durch diesen Fake oder durch diesen Bruch hier nach unten durfte er auch kurz rot werden. Das bringt mir aber immer, dass ich in diesem Bereich dann nur mit ganz engen Stops arbeiten darf oder arbeiten sollte. Man kann es nachlesen in... Ah, ich kann es doch mal probieren. Wir schreiben ja das gleiche in unserem Blog. Diese ganzen Veranstaltungen dienen ja eigentlich nur hier, um ein bisschen anzugeben. Nein, Quatsch. Mein Ziel ist es, euch ein bisschen was näher zu bringen, um euch... So. Ich muss den nur schnell nebenbei starten. So. Bup, 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 bup. Welchen hatten wir da? Den zwölften. So. Dann nehmen wir mal den zwölften. Hier halte ich mich auf dem Laufenden, damit es was zu tun gibt, ne? So, das war der neunzehnte, das war schon viel zu spät. Das war der dreizehnte. So. Das war unsere Aussicht um morgens neun Uhr acht. Kurz, knapp und knackig. Euro, US-Dollar, long per Limit. Und das erkläre ich gleich, wie wir das machen oder gemacht haben. Eins, 15,73. Die Hälfte der Position fliegt raus bei eins, 16,03. Der Rest läuft weiter. Stops hier für acht Punkte ungefähr. DAX ist und bleibt short. Stops über 12.150. Diese DAX-Positionen sind geflogen, aber die sind auch von weit oben gekommen. Allein diese DAX-Positionen, da gehe ich auch nachher kurz drauf ein, die haben uns schon das Monatsziel eingefahren. Das war um neun Uhr acht. Morgens haben wir genau das geschrieben. Tagesziel drin, wie heute Morgen beschrieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. 10.34 Uhr war der Tag gelaufen. Was haben wir gemacht? Wir haben hier unten eine Limit Pullback hingelegt. Auf die 74, wir haben hier bei 73 einen Zielbereich. Wir haben auf die 74, 75, so ein, zwei Punkte über so einen Zielbereich, legen wir unsere Limit Pullback hin. Und wenn er dann nach runter schießt, dann schiebt er diese Limit Pullback vor sich her. Ihr wisst ja, was Limit Pullback ist. Wenn nicht, bitte ich mal Handzeichen. Der schiebt die dann vor sich her, bis runter an den nächsten Zielbereich, zwei, drei Punkte Rücklauf. Und dann erst wird die Position ausgeführt. Wenn die Position dann ausgeführt ist, 73 haben wir gelongt bei 16.03. Was machen wir bei 16.03, wenn wir 30 Punkte vorne sind? Was wäre jetzt die Logik zu tun bei der 1.16.03? Der Michael war im Webinar dabei, deswegen weiß es. Echt, fange ich, ich setze an und beende die nicht. Sorry. Genau, so haben wir das auch gemacht. Wir hatten als 1.16.03 hatten wir das Ziel, dort in diesem Bereich, dort arbeiten wir mit einer Sell Limit. Auch wieder mit einer Limit Pullback mit einem Punkt Rücklauf. Und das für die Hälfte der Position. Das heißt, wenn ich mit drei Standard-Lot drinne bin, gehen dort oben, ich splitte meine Position immer in halbe Lots. Das heißt, wenn ich mit drei Lots starte, also eine Position mit drei Lots starten will oder handeln will, insgesamt arbeite ich mit sechs halben Mini-Lots. Die sechs halben Lots, also immer mit fünf Mini-Lots, 0,5. Mit denen starte ich das mal sechs, habe ich drei Lots zusammen und dort oben an der 16.03 platziere ich für drei halbe Lots, also für 1,5 Lots, eine Sell Limit Pullback, weil dann habe ich mit der halben Positionsgrüße aber die doppelte Menge an Punkten habe ich drinne. Von der 73 bis zur 0.3 waren es genau 30 Punkte. Passte H genau mit unseren Zielbereichen. Bei 73 rein, hochlaufen lassen bis zur 16.03. Bei der 16.03, anderthalb Lott mit 30 Punkten rausschmeißen. 12 bis 15 Punkte ist mein Tagesziel, also waren das 450 Dollar. Die stelle ich dort oben glatt für den Rest, den Stop-off-Break-Even, weil mein Tagesziel habe ich dicke drin. Rest, Stop-off-Break-Even, weiter geht's. Laufen lassen. Laufen lassen bis zum St. Nimmerleinstag. Das war am 12. Danach kam der 13. Konnte man ein bisschen angeben, das war eine Punktlandung. Limit 12.73 wurde geholt. Stops für die laufende Position, die ja dann noch durchgelaufen ist, das gucken wir uns gleich nochmal an. Stops für die gesamte Position auf 1.16.05. Der Vorteil ist, die verbleibenden anderthalb Lott bei der 1.16.05 absichern, ist schon wieder ein Tagesziel drin. Weil die kommen ja auch von der 73. Das heißt, damit haben wir schon mal ein Tagesziel drin. Und wir haben ganz klar erklärt, wir wollen aufstocken, 1.16.010. Stops ebenfalls, 8 Punkte, Ziel dann oben 1.16.42. Dann schmeißen wir die zweite Hälfte raus. Das war ein Tag später. So, dann gucken wir doch mal ein Tag später. Da haben wir wieder die 42. Wieder ein Limit Pullback. 1.16.10 haben wir gesagt, stocken auf. Stops für die gesamte Position auf die 0.5. Da ist der tiefste Punkt des Tages und der war bei 1.16.086. Das heißt, unsere Limit geholt um 1,4 Punkte. Der hat sie geholt um, was haben wir gesagt, was war das Ziel? Die Genau. Schön, dass keiner aufpasst. Bin ich zu schnell, ne? Da müsst ihr es sagen. Ziel 1.16.43. Hier unten aufgestockt. Für die gesamte Position die Stops auf 0.5. Das heißt, wir hatten 5 Punkte Risiko. Das, was wir hier ins Risiko gegangen sind, hatten wir mit der anderen Position vom Vortag Dicke im Sack. Und dann ballert das Ding los. Hat eine Weile gedauert hier, bis er die 43 hier oben geholt hat. Feuer, Marjanne. Nächsten Tag. So. Bup, bup, bup. Das hat super funktioniert. Tagestief bei 1.16.08. Danach haben wir es laufen lassen. Und wir haben gesagt, wir würden eventuell bei 1.16.71 noch mal zukaufen. Stops jetzt für alle Long-Positionen auf 1.16.49. Um 9.45 Uhr. Spätestens da wollen wir aus der Nummer raus. Das war am 14. Am 14. Alle Stops auf die 49. Weil wir hatten hier diese Zielbereiche nach unten. Die durften angelaufen werden. Und dann ist diese ganze Position bei der 49 rausgeflogen. Das heißt, rechnen wir mal zusammen. Wir haben die eine Position, haben wir 15 Punkte. Ich rechne das mal auf die ganze Position gerechnet. Am Dienstag 15 Punkte, 30 Punkte mit der halben Position, also 15 Punkte mit der ganzen gemacht. Und die zweite Hälfte haben wir laufen lassen. Die zweite Hälfte ist dann rausgeflogen. Von der 1.73 kommt bis zur 49. Die zweite Hälfte ist gekommen. Von der 1.16.10 bis zur 49. Ebenfalls 39 Punkte. Das heißt, wir haben mehr als ein Wochenziel drin. In Verbindung mit dem DAX und mit den aufgestockten Hälften haben wir fast ein Monatsziel innerhalb einer Woche laufen. Also diese Nummer von wegen Risiko raus und TPSL hochsetzen. Nein, ich habe Tagesziele und diese Tagesziele will ich erreichen. Weil erst dann, erst ab diesem Zeitpunkt, handele ich entspannt. Erst dann habe ich überhaupt die Chance, normal mich in diesem Markt zu bewegen. Nämlich dann, wenn ich ganz locker Luft holen kann. Bleiben die Positionen über Nacht drin? Ja, Gerald, meine Positionen bleiben über Nacht drin. Wir handeln ja genau deswegen im Forex. Im Forex kann nicht allzu viel passieren. So, jetzt gucken wir uns das Spiel hier mal an. Diese Woche hat er ganz knapp die 15 verfehlt. Hier war die 15. Unsere Entry, wir wollten hoch zu 36. 36 Gold, die 15 hat er ganz knapp verfehlt. In solchen Fällen müssen wir dann auf einen Trendwechsel warten. Und einfach mal, ja, wenn ihr ein bisschen Langeweile habt, was heute und morgen durchaus passieren kann, zu den, äh, äh, sag schnell, bis zum Hexelsabbat, wird nicht so viel passieren. Deswegen habt ihr Zeit. Ich werde alle Beiträge von den letzten zwei Wochen im Blog öffentlich schalten, weil unsere Jungs, die das mithandeln oder nachhandeln oder zum Analysieren benutzen, die bezahlen dafür Geld. Deswegen ist es im geschlossenen Bereich. Aber ich werde im Anschluss an dieses Webinar alles öffentlich schalten. Dann könnt ihr das nachvollziehen. Bitte guckt euch das an, was wir morgens im Webinar analysiert haben, weil das schreibe ich auf Facebook beziehungsweise hier schreibe ich diese ganze Geschichte nieder mit diesen Marken, auch in der Regel mit der Begründung. Man kann alles sauber nachvollziehen. Wir sind da sehr gläsern, was so eine Geschichte betrifft. Und dann guckt euch einfach im Blog ein bisschen um, guckt im Chart, was, wie, wo irgendwo gelaufen ist. Hier genau das Gleiche. Schön diese Marken angelaufen. Und ihr werdet sehen, wie super unsere Zielbereiche hier funktionieren. Hier haben wir heute das gleiche Spiel. Das Einzige, was hier im Moment fehlt, ist eine saubere Trendgeschichte. Wir brauchen für EuroPro einen Trend. Da Erik hier gerade eine Frage stellt, werde ich mal hier meine E-Mail-Adresse oder unsere E-Mail-Adresse reinsetzen. Ups. Dann die Frage kam gerade von Erik. Wie kann man Mitglied werden? Einfach uns eine E-Mail schicken. Dann müsst ihr allerdings damit leben, dass ihr mich irgendwie eine halbe Stunde oder so am Telefon habt. Gehe ich aber gleich drauf ein. Vollzieht erst mal nach, was wir hier gemacht haben, was wir hier gehandelt haben und guckt euch das sauber an. So, wir brauchen jetzt für diese ganze Aktion heute, brauchen wir jetzt eine saubere Trenddefinition. Das heißt, ich brauche jetzt erst mal ein sauberes neues Hoch. Wir bewegen uns hier übergeordnet in einem Aufwärtstrend, der sich hier wieder in verschachtelte Trends abwärts bewegt. Das heißt, ich will oder muss, um jetzt saubere Setups zu handeln, hier oben drüber einen Schlusskurs haben. Da oben drüber will ich einen Schlusskurs haben im 5-Minuten-Charpe. Erst dann. Und Katja, schön, dass du aufgepasst hast, meine Liebe. Ja, es könnte sich Euro pro ergeben, aber es ist mir nicht sauber genug. Ich warte, oder stellen wir mal eine Prognose für heute. Prognose? Nee, eher Stochastik, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Lutz, Stift raus, mitschreiben. Wir müssen heute damit rechnen, dass wir Tiefs bei der 67 kriegen. Das wäre das Idealszenario. Idealszenario sogar für mich, wenn das gleich machen würde. In diesem Fall bis hier runter, bis an die 67 und dann umdrehen und hochballern. Wenn ihr die Geschichte jetzt umgedreht macht, gleich an die 97 geht, kann ich nur hoffen, dass wir in diesem Bereich hier irgendwo dann eine Umkehr kriegen, um Welche 67? 1,16 1,16 Oh, 57. Sorry, ich hatte die Brille nicht auf. 1,16, 57. Schön, dass du aufgepasst hast. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. 1,16, 57. 1,16, 57 soll dort das Zünglein an der Waage sein. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder geht er runter an die 57. Der Bereich 50, 51, 52 hat die letzten zwei Tage eine enorme Rolle gespielt. Guckt euch die Tees an. 50, 51 hat eine enorme Rolle gespielt. Jetzt sind wir heute bei der 57. Die 57 könnte dazu verleiten, dass dort Limits geholt werden für mittelfristige Positionen. Ziele oben. 1,17,50 übergottet 1,18,50 1,20,50 Mal gucken, ob wir die jetzt auch noch irgendwo finden. Hier keilt sich diese ganze Geschichte ein. Die Marken kommen hier aus der letzten Abwärtsbewegung. Zack. Und demnach haben wir einmal Luft. Bis hier hoch an die Ach ja, ja, ich muss immer noch die Brille wechseln. An die 61, 1,17,61 Das wäre jetzt das erste Ausbrustziel daraus. Das zweite wäre die 1,17,84 Das wäre die eine Nummer, die sich aus der letzten Abwärtsbewegung für mich errechnen würde. Und die zweite Nummer wäre... Ne, ich mach das jetzt mal anders. Zack. Also, um parallel dazu die Frage zu beantworten, auch wenn ich wieder einen Satz nicht beende. Das Mitglied werden bei uns heißt aber, dass man selber lernen will. Blind nachtreten ist bei uns nicht mehr. Sondern hier heißt es Arschbacken zusammenkneifen und selber lernen. Aber wir nehmen dich an die Hand. Wenn du damit umgehen kannst, dass ich auch mal Scheiße sage und so weiter. Und nicht anmeckern lassen. Genauso sieht das aus. So, lass die richtige Brille auf. Ja, Gruß nach Bangkok, ne? Ihr beiden Nasen. Ihr liegt ja jetzt in der Sonne mittags, ne? Wahrscheinlich mittags schon ein Bier am Hals. Ja. Ne, du ja nur eine Cola oder eine Apfelschorle. So, wir haben den 21. und zwar gegen 11 Uhr. Das heißt, wir dürften morgen Mittag, mit viel Glück, morgen Mittag zum großen Verfall, dürften wir über der 1.18 landen. Da die zweite Bewegung in der Regel länger ist als die erste, dürften wir sogar auf die 1.18.50 hoffen. Und dann sind wir schon in diesem Bereich. Erste Bewegung. Jetzt soll die zweite Bewegung sich fortsetzen. Wir sehen auch hier, die fängt hier unten an, eiert hier so ein bisschen rum und den letzten Schub nachher in den letzten Stunden. Das heißt, das wäre dann ausschlaggebend für morgen Vormittag. Heute sollten wir Schlusskurse hoffentlich da oben drüber kriegen, über diesen Hochs, um dann den Schub nach oben zu machen. Wahrscheinlich sogar bis hier hoch an die 1.18.50. Das ist unser großes Ziel. Hier oben, da wollen wir mit unserer mittelfristigen Positionen hinkommen. Jetzt kriegen wir hoffentlich das Hoch da oben und dann warten wir auf die Korrektur und diese Korrektur wollen wir dann entspannt handeln. Das heißt, entspannt handeln. Wir springen nie. Ich lasse mich nie irgendwie einstoppen. Entweder habe ich die Chance, mich an einem meiner heiß geliebten Zielbereiche mit einer Limit, Limit Pullback abholen zu lassen, mit einem vernünftigen kleinen Risiko. Das wäre die erste Nummer. Oder ich warte immer, bis eine Bewegung auskorrigiert ist. Das eine ist der Handel nach Zielbereichen, nämlich dann, wenn ich meine Limits da unten irgendwo hinpacke. Das zweite ist der Handel nach EuroPro. Zielbereiche arbeite ich mit einer Limit Pullback, lasse mich dort abholen. Und EuroPro warte ich immer. Immer auf eine Korrektur und nach Möglichkeit auf eine Korrektur in einer kleineren Zeiteinheit. Immer große Zeiteinheit zur kleinen Zeiteinheit. Wer das lernen möchte, ist herzlich willkommen bei uns. Wir kauen diese Nummer regelmäßig durch. Wir erarbeiten uns diese Setups gemeinsam. Und auch wenn das den einen oder anderen stört, aber wir machen auch jedes Jahr zwei Seminare. Ein Seminar startet im Übermorgen hier in Göttingen. Falls einer kurz entschlossen ist, ne Lutz, aus der Eifel ist ja nicht so weit. Wenn einer kurz entschlossen ist, ist in der letzten Woche leider Gottes aus gesundheitlichen Gründen zwei Plätze frei geworden von dem Ehepaar. Wir haben am Wochenende noch zwei Plätze frei. Es sind drei Tage Seminar, immer Samstag, Sonntag, Montag. Warum Samstag, Sonntag, Montag? Ist eine ganz einfache Nummer. Wir haben früher die Seminare immer an Handelstagen gemacht. Aber so wie der typische Händler nun mal ist, steht er morgens auf, frisch geduscht, kommt in den Unterrichtsraum, setzt sich hin, klappt den Laptop auf, sieht Kurse, ist gleich wieder klatschnass geschwitzt. Erstens mal riecht es dann bei zehn Leuten im Raum etwas unangenehm, wenn er schon wieder durchgeschwitzt ist. Und das Zweite ist, man hört überhaupt nicht zu. Man guckt die ganze Zeit auf den Chart und sagt, guck mal, können wir jetzt nicht, können wir jetzt nicht hier. So, Samstag, Sonntag gibt es keine Kurse. Deswegen gehe ich zum Beispiel diesen Sonntag mal nicht zur Kirche, sondern gebe morgens eben diesen Unterricht. Samstag, Sonntag sind wir völlig entspannt. Wir können die Theorie machen, man kann sich mit der Theorie befassen. Und am Montag gehen wir dann die Praxis durch, werden das am Montag früh zusammen anwenden. Und werden das am Montag früh live handeln, was es dann live zu handeln gibt. Und ab 10 Uhr ist dann unser lieber Dirk da und wird dann alle Plattformfragen beantworten, Plattform, auf Plattform Neuigkeiten und so weiter hinweisen bis Mittags. Und am Montagmittag ist dann Schluss. Du sitzt ja auch mehr im Flieger, als dass du irgendwas machst, als dass du irgendwie arbeiten gehst. Ne, Lutz? So, hier haben wir jetzt so das typische Verhalten, kennen wir alle, diese Umkehrformation, aber wir haben den Schlusskurs oberhalb. So, jetzt wechsle ich hier in den einen Minuten. Schlusskurs oberhalb von unserer Linie, auch wenn es wenig ist. Wenn es so wenig ist, so wie hier, wenn der Bus ganz knapp darüber schließt, je knapper das ist. Ich brauche immer Musik im Chart. Das heißt, die Jungs, die dort handeln, die müssen mir zeigen, pass auf Jungs, ich bin da, ich will Gas geben. Ich, Bulle, bin jetzt da, ich gebe jetzt Gas. Also hier ist es ja wie im ganz normalen Leben, wie auf unseren Straßen. Immer wenn man die Bullen braucht, sind sie nicht da, ne? Kommen eher die Bären. So ist es hier heute auch. Immer wenn man die Bullen braucht, kein Schwein da. Das heißt, die Bullen müssen mir zeigen hier, dass sie kräftig genug sind. Das zeigen sie mir hier nicht. Es ist einfach zu wenig. Es ist zu wenig Dampf hier drin. Ganz kurz rüber gespiked, deswegen lasse ich Vorsicht, Walten, Vorsicht, Walten heißt, ich schraube in diesem Fall meine Positionsgröße runter, wenn ich mir ein Setup suche. So. Dieses Setup, was man jetzt handeln könnte, wäre, ich weiß, ich bin zu laut. Es kommt, konform man sich in Rage redet. Ich denke, wenn ich diskutiere mit meiner Frau. Nein, Quatsch. Meine Frau sind ja ganz liebe. So. Wir dürfen rein theoretisch. Da mache ich mir jetzt so einen Kopf, so einen kleinen Plan fertig. Wir haben jetzt hier die erste Abwärtsbewegung. Die dürfte jetzt noch mal bis hierher noch ein bisschen an dieses Hoch korrigiert werden. Dürfte die zweite Bewegung bis da hinlaufen. Wenn wir hier in diesem Bereich dann eine Umkehr kriegen, hier unten in diesem Bereich, hier eine Umkehr kriegen, erste Bewegung, Korrektur, zweite Bewegung, eine Korrektur kriegen und diese Korrektur hier auskorrigiert haben und dann wieder einen Trendwechsel nach oben, würde ich mir direkt nach oben die nächste Long-Position hier in den Markt nageln. Alles, was wir machen, wie ihr seht, arbeiten wir mit ganz, 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 ganz einfachen Mitteln. Wir zeichnen ein paar Rechtecke, wir zeichnen ein paar Linien. Alles andere haben wir fertig hinterlegt. Es gibt Regelwerke für unsere Zielbereiche und es gibt Einstiegsregelwerke und Ausstiegsregelwerke für unser Europo. Das ist eigentlich das, was wir brauchen. Die meisten Händler hier in diesem Markt scheitern, weil sie sich verzetteln, weil sie alles wissen wollen, weil sie alles handeln wollen, weil sie ein MRCD mit einem Drehstabstochastik irgendwo verwechseln wollen und nach Möglichkeit noch ein Umkehr Fibonacci dazu rechnen wollen und dann noch die Wahrscheinlichkeit von der Pfefferminz ja als Aktie, die gerade viel gehandelt wird, mit einfließen lassen. So, hier haben wir genau die Szenario, Bewegung, Korrektur, komm, jetzt machen wir hier noch einen Spike hier runter. Hier zum Beispiel, wenn ich jetzt handele und mir nicht der Lutz über die Schulter guckt oder Günther und Vroni aus Bangkok, weiß nicht, wo der Rest ist, oder die Katja aus dem Ländle, auf jeden Fall spricht sie so, dann versuche ich sogar so eine Setups, wenn die für mich klar sind, und das hier erscheint mir ziemlich klar. Dann, zack, Bewegung 1. Die Bewegung 2 sollte da unten enden. Wie ihr seht, ich versuche nur mit Logik zu arbeiten. Also darf er ungefähr bis dahin zurücklaufen, um dann da runter zu schießen. Wenn er das jetzt macht, bis da hoch läuft, bis in diesem Bereich, um dann da runter zu laufen, dann würde ich hier eine neue Strategie reinlegen. Da, guck mal, was er gerade macht. So, Scalping mit Limit. Nenne ich das ganze Ding jetzt einfach mal. Dafür haben wir ja zum Glück verschiedene Strategien. So, dann ist die Strategie Scalping mit Limit. So, jetzt macht er das genau. So, jetzt sollte er hier eine zweite Nummer nach unten packen. Und jetzt würde ich hier tätig werden, da Tickenau da oben gelandet. Wenn er da oben Tickenau landet, heißt das für mich, dass er auch mit hoher Wahrscheinlichkeit hier runterläuft, bis an die 84. Um die paar Punkte streite ich mich aber nicht. Was ich machen würde, ich nehme jetzt hier eine Position mit 5 Punkten Risiko, eine Long Limit, und lege die dahin. Lass die mit einem Punkt Rücklauf dort liegen, als Limit pull back, eine Long Limit. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr jetzt mit dieser, dass ihr jetzt mit dieser Position ihr 5 Punkte verlieren. Und wenn, dann ist es so. So, wenn er jetzt hier unten die Limit holt und wirklich die Umkehr hier hin zaubert, würde ich sofort die nächste Chance nutzen, um diese Position dann aufzustocken und die nach oben durchzunageln. Relativ schnell die Stops auf Break-Even, rein rechnerisch starten wir hier unten, dann bei der 84, wir landen hier oben an der 97, an der 97 hier oben zu landen, da, das langt vollkommen, mehr brauche ich nicht. Wenn er mir diese Nummer gibt, bei der 97 raus, Tagesziel im Sack. Ich bin auch im Ländel-Sache. Okay. Hat sich mit EuroPro3 was ergeben wegen der Trenddarstellung? Nein, noch nicht. Hammer, wir haben Sie das so punktgenau erwischen können gerade. Ja. Das ist Erfahrung. Boah, ist das langweilig hier, sagt er. Hilgerchen. Guten Morgen, Dirk. Ich wusste nicht, dass du in dieser Zeit schon wach bist. Es ist erst 20 vor 9 und du sitzt schon am Rechner. Aber schön, dass du da bist. Willst was lernen, wa? Solche Nummern sind einfach, was heißt Punkt genau, solche Sachen kann man einfach mit den Mitteln sich erarbeiten. Und genau das kann man bei uns lernen. Dirk hat es ja auch gelernt. Ich mache gerade Werbung für dich. Schenk schon mal ein Bier ein. Wir sehen uns Montag, oder? Die blauen Linien hier im Chart sind Fibus. Ja. So, was passiert, wenn er die Limit jetzt hier unten nicht holt? Ich glaube ja. Ich glaube schon, sonst lasse ich die holen. Wenn er die Limit hier unten nicht holt, dann muss ich sehr schnell umdenken. Die Limit da unten liegt. Um die mache ich mir jetzt erstmal keine Gedanken. So, dann greift nämlich die andere Nummer. Bewegung A gleich Bewegung C. Und dann landen wir sogar etwas über dem Zielbereich da oben. Jetzt muss ich sehen. Bewegung, Korrektur, Bewegung. Wir haben allerdings kein tieferes Tief. Ich habe hier ein... Ja, hier habe ich aber kein Recht zu. Ich kann dich nicht Moin sagen lassen. Dann musst du mit Andreas ausdiskutieren. Wäre schön, wenn du mal Moin sagst. Ich will mal gucken, wie du morgens mit krächzender Stimme dabei bist. Können wir gerne machen. Kleinen Moment. Moin. Ja, hallo Dirk. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Aber ich will hier auch gar nicht groß stören. Ich dachte nur, ich gucke mal, was der Helbig da treibt. Weil ich habe gerade irgendwie hier so Zwangsfreizeit. Ich muss da so diverse Sachen irgendwie gerade neu starten und habe gerade nichts Besseres zu tun. Die Whisky-Stimme aus Köln. Schön, dass du mal reinschaust. Ich schaffe es bei dir ja selten, weil in der Zeit, wenn du handelst, mittags zu den News oder so, bin ich meistens shoppen oder so oder liege am Strand. Weil der frühe Fängervögel den Wurmer, dafür schläfst du ja, wenn ich handel. Ja, das stimmt nicht ganz. Aber mach du mal weiter. Schön, dass du mal reinschaust. Wir sehen uns ja am Montag. Ja, ganz genau. Super. Also, wir haben jetzt hier genau das Szenario, was wir haben wollen. Wir haben jetzt hier noch kein neues Hoch. Wir müssen jetzt warten. Hier würde ich in dem Fall jetzt auf ein neues Hoch warten. und dann den Rücklauf noch mal bis hier runter. Ich mache die ganze Geschichte mal so groß, wie es geht. Dirk ist über 50. Das heißt, ich muss auf seine Augen Rücksicht nehmen. Moment. Was bin ich? Ich fühle mich so alt, wie du aussiehst manchmal. Sagen wir es mal so. Ja, ne? Ja. Ich fühle mich jeden Tag jünger. Jeden Tag. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, fühle ich mich ein Stück jünger. Ich habe heute Morgen gerade zu Conny gesagt, wenn es noch vier Wochen so weitergeht, dann rauche ich wieder heimlich auf dem Klo. Ich muss erst mal vorbeikommen, ich merke das schon. Wir würden jetzt nach Euro Pro, warte ich jetzt hier, die Limit lasse ich erstmal noch da drinnen, die ist für mich noch lange nicht weg, sondern ich warte jetzt hier, dass er hier ein neues Hoch macht. Für mich ist das erstmal ein Dreifach-Topf, das ist eher gefährlich. Wir haben ja nach unten die Nummer nach Zielbereichen immer noch offen. Das heißt, ich warte jetzt hier, dass wir hier ein neues Hoch machen. Wenn er ein neues Hoch machen sollte, warte ich wieder auf den Rücklauf hier an unsere Wolke. Und hier in diesem Bereich würde ich erst long reingehen. Ansonsten würde ich mir nur diese Nummer hier greifen. Hier unten, die bleibt nach wie vor bestehen, aus mehreren Gründen. Die eine Nummer wäre, haben wir gerade gesehen, aus FIBO, Bewegung A gleich C, dass die Korrektur bis hier runter läuft und ich dort billig reinkomme mit einem ganz kleinen Stopp. Die zweite Nummer wäre, dass wir hier jetzt eine kleine Range aufbauen. Wenn wir diese Range aufbauen, wird die in der Regel mit einem Fehlausbruch in die erste Richtung beendet, wenn wir diesen Fehlausbruch kriegen, dürft ihr auch hier die Limit holen, um dann nach oben abzuschießen. Das ist mein Plan. Wie hat Egon Olsen immer gesagt? Ich habe da einen Plan. Plane deinen Trade und trade deinen Plan. A kriegen wir immer hin, B ist immer scheiße. Ich wollte eigentlich diese ganze Geschichte auf den IB Days dieses Jahr präsentieren. Wollte eigentlich sogar mit Dirk eine schöne Geschichte zusammen machen. Leider sind familiär ein paar Sachen dazwischengekommen, die nicht so schön sind. Wer uns kennt, der weiß, unser kleiner süßer Picasso, unser kleiner Hund, der musste zum MRT und hat Entzündungen in der Wirbelsäule, die wir jetzt erstmal extrem behandeln müssen. Wir hatten andere Sachen auf dem Deckel als die IB Days, aber in den nächsten IB Days sind wir wieder dabei. Wahrscheinlich werden Dirk und ich da sogar was zusammen machen. Da bin ich sicher. Ich war ja selber auch nicht da. Wir sind ja auch, leider Gottes, ein paar Sachen dazwischengekommen. Aber ich finde sowieso... Gesichtskontrolle zum Beispiel, ne? Bitte was? Gesichtskontrolle, ne? Ja, da komme ich nie durch. Da muss ich mir eh mal was einfallen lassen. Aber das bin ich ja schon gewohnt. Rese waren diesmal leider noch ein paar andere Sachen. Aber ich finde sowieso, wir sollten mal wieder ein Webinar dringend mal zusammen machen. Und weil ich hätte auch so ein paar Themen, also mir wäre es eigentlich echt besonders wichtig gewesen, dieses Mal dort zu sein. Einfach speziell auch wegen dem akuten Thema CFD und so weiter. Und alle reden plötzlich nur noch von Futures und irgendwie komischen Sachen. Also wobei jetzt nicht Futures komisch sind, aber halt eben andere Sachen. Und da glaube ich, gibt es mal irgendwie dringend Redebedarf. Und da sollten wir uns, glaube ich, mal zusammen tun. Und da vielleicht auch mal ein Webinar zusammen dazu machen. Fände ich eigentlich ziemlich gut, wenn du Lust hast. So werfe ich gerade mal hier so ein. Wir würden das gerne begleiten. Ja. Guck, da will noch einer was lernen. Natürlich, immer. Also Unterricht im Brokerage gebe ich immer samstags von 6 bis 7.45 Uhr. Wenn du diesen Samstags Zeit hast, halte ich dir gerne einen Platz frei. Gegen ein geringes Entgelt darfst du auch dann teilnehmen. Oh, Thorsten, ich glaube, da kann ich nicht zu dem Zeitpunkt. Ja, das hatte ich mir gedacht. Schieb keinen Zahnarzttermin vor, weil die Jungs sind Samstagvormittag auch faul. Also, Dirk, sehr gute Idee. Lass uns irgendwie nachher mal heute im Laufe des Tages einfach mal telefonieren, weil ich bin nur noch bis 8. Oktober da. Vielleicht kriegen wir uns noch dazwischen geschoben. Ja. Ansonsten bereiten wir uns zusammen was vor. Sehr gute Idee. Machen wir auf jeden Fall zusammen. Ja, ne, würde ich echt gerne machen. Ja. Genau. Da hätte ich so ein bisschen was zu sagen. Und dann nehmen wir uns ein Fest gegen Kölsch und dann machen wir ja abends ein Webinar. Ok. Diese Nummer hier, guckt euch das an. Genauso wie ich es vermutet habe. Entweder ballert der jetzt ganz kurz nach oben raus, dann brauche ich einen Rücklauf. Den brauche ich ja dann wieder nur ein Minimum bis hier runter. Ansonsten ist eher zu vermuten, dass er jetzt hier so eine Range ausbaut und dann nehme ich diese Range hier runter. Ich werde es ganz einfach machen. Ich werde meinen Blog heute einfach ebenfalls öffentlich schreiben. Ich werde den öffentlich, also freischalten, auch die Beiträge von den letzten Wochen. Weil ich, wir haben die Stunde schon überzogen hier. Überstunden bezahlt mir kein Schwein. Obwohl die vier Minuten jetzt, die ziehe ich für Dirk ab. Also, es ist heute mit Live-Handel leider schwierig. Guckt euch bitte die Aufzeichnung von den letzten Tagen, von den letzten Wochen einfach mal an. Stöbert einfach mal bei uns durch den YouTube-Kanal. Dann seht ihr, wie wir diese Dinger handeln. Ich glaube, es gibt kaum einen Gläserinnenladen als Forex Pro-Systeme. Ihr werdet dort sehr, sehr viele Positionen sehen. Ihr werdet dort nachvollziehen können. Deswegen schreibe ich das in unserem Blog auch immer mit Uhrzeit, wann wir welche Positionen wo avisieren. Auch bei Dirk haben wir viele Sachen schon geschrieben. Aber es ist mir zu viel, das sind drei oder vier verschiedenen Blöcken zu schreiben. Also wenn, dann müsste man sich schon bei uns irgendwo mal sehen lassen. Aber ich wollte Dirk seinen Ansprüchen gerecht werden. Setups immer vorher zu schreiben. Mit klaren Ansagen. Stop dahin. Limit dahin. Dort stelle ich teilweise glatt. Dort stelle ich ganz glatt. Weil dieses ganze Gedöns, da habe ich gestern, das habe ich da schon gesehen. Und dann habe ich dann doch, und ich habe zwar geschrieben Long, aber ich habe dann doch Short aus diesem Grund. Davon gibt es in diesem Markt hier leider Gottes viel zu viele, die dann sagen, Hey, heute wollte ich gut sein, gestern war ich gut, aber ich hatte keine Zeit, euch das leider mitzuteilen. Aber guckt mal hier, das war mein super Trade. Dann kommt ein Ausdruck aus dem Demokonto. Und ein Demokonto, naja, wer mich kennt, weiß, was ich davon halte. Weil für mich ist ein Demokonto genauso wie alkoholfreies Bier und ein alkoholfreies Bier ist genauso wie ein BH auf der Wäscheleine. Das Beste ist raus. So, ich hoffe, wir konnten euch, oder ich konnte euch hier ein bisschen was näher bringen, wie ich morgens die Märkte angehe, warum ich die morgens angehe, warum ich mir was irgendwie anschaue. Bitte, wenn Fragen sind, schickt uns bitte, bitte, bitte eine E-Mail. Wir werden die dann dementsprechend beantworten. DAX-Analyse, mein lieber Michael, dafür ist Dirk eigentlich da. Ich weiß, Dirk hat heute, glaube ich, die 12.304 auf dem Deckel irgendwie. DAX ist nicht so mein Steckenpferd. Ein Steckenpferd, das ist nicht so unbedingt meine Nummer, das ist für mich eher Nebenerwerb. Ich warte den Hexensabbat am Samstag ab und ich gehe davon aus, dass der DAX bei 12.2, 12.3 irgendwo gehalten wird bis Freitagmittag. Und Freitagmittag wird sich dann entweder zeigen, ob die Bullen wirklich die Kraft haben, nach oben auszubrechen. Die Vermutung, ich bin da eher so der Shorty, ich weiß, je höher der klettert, desto schwieriger wird es mit den erwarteten Short-Moves. Aber oft wird er gerade zum großen Verfall künstlich oben gehalten, um ihn dann langsam ab 13 Uhr morgen Mittag abbröckeln zu lassen. Und genau so sieht es bei mir aus. Da bin ich ja tatsächlich, da bin ich ja ganz deiner Meinung, muss ich ja tatsächlich mal sagen. Weil ich sage halt auch, momentan irgendwie macht es keinen Sinn, da großartig dagegen zu halten. Auch erstmal machen lassen und weil man sieht ja, es ist ja schon halt irgendwie auch Kaufdruck dahinter, aus welchem Grund auch immer. Da sollte man sich auch nicht so viel Gedanken machen. Aber bevor da keine 12.304 da waren oder ein vernünftiger Schub in die andere Richtung, muss man da glaube ich zumindest mal, was Short angeht, nicht wirklich aktiv werden. Das wäre so mein Rat da auch. Das ist nur teuer. Wir haben jetzt die letzten drei Wochen oder vier Wochen haben wir Positionen von der 12.7 oben gehandelt bis runter. Und die sind gestern oder vorgestern rausgeflogen bei der 12.150. Deswegen, wir haben unsere Stop-Cubi 12.150, das war für mich so das Maximum, was er hätte zurücklaufen dürfen. Das hat er nur weit überschritten und jetzt sind die Nummern erstmal raus. Und jetzt suchen wir uns ein neues Spielzeug. Ne, das Spielzeug ist das gleiche. Der Spielplatz ist ein anderer. Der nächste Herr, dieselbe Dame so ungefähr. Deswegen brauchen wir hier keine großen Faxen machen. Der hier ist mir immer noch zu suspekt. Ich würde auch hier, jetzt hat er den, da, guckt euch den Zielbereich an, den Zielbereich kaputt gemacht, Rücklauf hier sauber rumgedümpelt und dann Gas an den nächsten Zielbereich, um dann wieder jetzt Richtung Süden zu marschieren. Trotzdem habe ich nach meinen Regelwerken im Moment noch keine Eingriffsmöglichkeiten. Ich weiß, wie schwer es ist, seine Emotionen im Griff zu halten und dann nicht doch einfach mal auf den Knopf zu drücken und zu sagen, ach scheiße, komm jetzt. Das ist wie so die Blondine, die auf die Bananenschale tritt und weiß ganz genau, scheiße, jetzt gehe ich gleich auf die Fresse. Und genauso ist es ja auch, wir drücken ihn einfach drauf und sagen, scheiße, jetzt mache ich einfach was und dann gibt es gleich eine geballert und wir haben es eigentlich vorher gewusst. Aber jetzt auch gut, wir machen ja, ich weiß nicht, Andreas kann mich gerne verbessern. Ich glaube, am 5. Oktober machen wir nochmal ein Webinar mit FX Flat. Das ist, glaube ich, der Freitagabend nach den Non-Farm Payrolls, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwie haben wir da nochmal was auf dem Deckel. Muss ich nachher selber nachgucken. Ja, ich gucke auch gleich mal. Ja, aber ich glaube, da ist Nelson auch schon wieder da. Ja, aber bei FX Flat, da gibt es ja nicht so viel Urlaub. Die 156 Tage Urlaub sind ja schnell vorbei. Ja, ne, schon so. Wenn da mal einer in Urlaub ist, den siehst du zwei Monate nicht, habe ich immer das Gefühl. Ach so, ich habe das Gefühl, andersrum. Man sieht immer nur zwei Monate den Rest zum Urlaub. Das kann auch sein, weil ich verstecke mich ja regelmäßig, wenn einer anruft. Aber wenn ich nicht einmal irgendwie einen suche, finde ich den nie. Also wenn es dann heißt, ja, habe ich dir doch gesagt, dann und dann, der hat doch Urlaub. Ach ja, immer noch. Ja, okay. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich bin gespannt, wann der Andreas nicht mehr da ist. War ja schon weg. Für alle Gäste, die jetzt hier dabei sind, man soll ja immer, wir hatten eine gute Woche. Für alle Gäste, die ja hier jetzt dabei waren und uns ein bisschen zugeschaut haben, wer möchte, unsere Session für dieses Quartal läuft noch bis Ende diesen Monats. Das heißt, wir machen nächste Woche noch drei, vier, fünf Webinare ungefähr. Ich möchte alle, da die Session Ende diesen Monats ausläuft und nächstes Quartal, dann nächsten Monat wieder startet, möchte ich allen Gästen hier anbieten, wenn sie uns eine Mail schicken an die hallo-at-forexpro-systeme.de. Der Andreas packt das nachher bestimmt ganz lieb mit in die Nachfass-Mail. Meine Kontaktdaten, so kenne ich ihn, weil eigentlich ist er ihn ganz lieber. Ansonsten müsste ich, ich gebe mein Bestes. Ja, das reicht nicht. Biete ich an, dass ihr die letzten Webinare, die letzten vier, fünf Webinare diesen Monat kostenlos einfach mal daran teilnehmen könnt, um uns beim Live-Training über die Schulter zu gucken. Andreas schickt euch nachher unsere E-Mail-Adresse. Schickt uns einfach eine kurze E-Mail, würde mich über eine Einladung freuen. Dann schicke ich euch den Anmelde-Link für die Webinare und dann könnt ihr die letzten vier, fünf Webinare uns einfach mal über die Schulter schauen. Das Schöne ist, dann bin ich Organisator und dann kann ich nämlich entscheiden, ob ich den Dirk reinlasse oder ob ich ihn einfach raussperre. Und wenn er zu frech wird, kann ich ihn einfach rausschmeißen. Ja, du bist im Urlaub, du bist immer im Urlaub. Und dann soll es das jetzt auch schon für mich gewesen sein. Ihr seht, die Setups ungefähr laufen. Meine Limit da unten bleibt liegen, weil der Ausbruch aus dieser kleinen Range, den er nach oben gemacht hat, den soll er jetzt auch nach unten machen. Dann hat er beide Seiten schön sauber geputzt. Warum, wieso, weswegen, kann ich dem ein oder anderen nahe legen, werden wir jetzt am Wochenende im Seminar sauber auseinander pflücken. Ich weiß, es sind zwei, drei Leute dabei, die zum Seminar am Freitag anreisen oder am Samstag. Dort werden wir genau diese Geschichten auseinander pflücken, warum, wieso, weswegen, dass in der Regel im Markt so sein muss. Dann will ich auch schon mich verabschieden. Ich sage einfach mal ganz, ganz vielen Dank für eure zahlreiche Teilnahme. Waren ja doch ein paar Leute da. Ganz, ganz lieben Dank auch an Andreas und FXLED, dass wir hier dabei sein durften und einfach mal zeigen durften, wie wir arbeiten. Gerne. Vielleicht hat es den einen oder anderen auch überzeugt oder gereizt, um sich unserem kleinen, illustren Haufen Fleisch sogar anzuschließen. Wir freuen uns immer über Zuwachs, aber, wie gesagt, das geht nur über meinen Schreibtisch. Und damit will ich mich jetzt verabschieden und wünsche euch einen schönen, schönen, schönen Donnerstag. Wird einer der letzten warmen, richtig warmen, schönen Tage genießt es. Manchmal ist die Sonne wichtiger als Pips, weil Sonne ist gut fürs Gemüt, Pips nur fürs Konto. Ja, vielen Dank, Thorsten. Und vielen Dank auch Dirk, dass du spontan hier noch mit dazugekommen bist. Aber klar, gerne doch. Jederzeit. Also nicht jederzeit. Das auch nicht, aber immer wieder gerne mal. Ja, sonst gewöhnt der Thorsten sich noch dran. Das soll ja auch nicht so sein. Okay, ja, vielen Dank. Viele Grüße an euch beide, viele Grüße an alle Teilnehmer. Ja, die Aufzeichnung des Webinars kommt dann zeitnah auf die Homepage. Hatte ich ja zu Beginn gezeigt. Und dann können Sie sich das Ganze nochmal in Ruhe anschauen. Vielen Dank dafür. Einen schönen Donnerstag, eine schöne Woche und viel Erfolg. Alles Gute. Danke gleichfalls. Tschüss, tschüss. Moin Moin. Ciao. Ciao.